Und das war, glaube ich, auch wieder falsch, denn wir können doch einfach, können wir nicht einfach hier lang gehen? Zack, äh, ja. Wenn man natürlich Theaterfan ist, dann macht man das. Und ansonsten überlässt man das den Profis, die grundsätzlich den richtigen Weg gehen und sich dann für oben, unten, oben entscheiden. Weil sie sonst nirgendwo ankommen. Tier und Wut zum... Ne, ich glaube, hier sind wir sowieso falsch. Haha. Glaube ich. So. Ne, ich glaube, das war der Kerl, den ich dachte, den ich meinte. Moment, ist das ein Satz? Vielleicht war das auch hier. Ja, ich probiere hier nochmal mein Glück. Ich habe natürlich schon wieder vergessen, wo genau wir hin müssen. Aber es ist offensichtlich, dass es hier... Ach, Entschuldigung. Wollte ich gar nicht. Bin gerade zu unkonzentriert. Ist es so offensichtlich, dass es hier unten nicht ist, dann würde ich auf dieses Teil tippen. Oder hier. Das wäre auch noch möglich. Na ja, erstmal zum Hauptraum wieder zurück. Vielleicht schaffe ich das ja. Haha. So. Schnee. Laufe. Raus hier. Und... Auch raus hier. Ja, guck mal, das ist das Osteil, das ist der Hauptraum. Dann müsste es jetzt eigentlich da lang gehen. Hm, der Raum ist es auch nicht. Achso, ich wollte den ausprobieren. Also wieder zurück. Tralalala. Tralalala. Okay. Bin ja schon still. So, wir gehen links lang. Und jetzt. Ach, Mensch, ich will doch nicht die ganze Zeit... Ja, haha, verlaufen. Na gut, wieder zum Osteil zurück. Und dann den Weg nach unten. Zum Wasser. Und jetzt. Hier rechts unten hin. Ja, wunderschön. Hier müssen wir hin. Wir haben alles an Bord. Dann kann der Kapitän ja endlich von Bord gehen. Guck mal, ich habe alles, was du willst. Und nun. Lasse uns gewähren. Die vier Elemente. Wir wurden befreit. Oh, schön. Ähm. Hm, 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 hm. Ja, ich hatte irgendwas von Freiheit gesagt, ne? Gemeinheit hat uns umgebracht. Oder wie? Oh. Weg, du doofen Dinger. Hier. Doofmann. So, wir können in viele Raumrichtungen rein. Da ist es dunkel. Hier, ich bin doch gegangen. Da ist es nicht empfehlenswert. Was haben wir denn da rechts oben in der Ecke? Da möchte uns jemand beißen. Das ist auch nicht empfehlenswert. Vielleicht oben. Das ist bestimmt gut. Oben ist gut. Äh, fast gut. Fast gut. Schnell durch. Und jetzt sind wir in Sicherheit. Naja, so gut wie. Hm. Achso. Die können wir doch befreien hier, oder? Hm. Ich glaube, da muss ich mich ein wenig beeilen. Zack, zack. Sollte ich mich beeilen? Ist da aber nichts. Äh. Tja, der sortiert immer schon schön, dass wir auch ja an den richtigen Orten sind. Warum nur? So, vielleicht wieder abhauen. Blüpp. Hier ist aber so dunkel, da mag ich auch nicht hin. Was gibt's denn links oben? Da gibt's bestimmt auch jemanden, der mächtig Hunger hat. Schwupp und durch. Ein Samen. Ein Samenkorn. Ha. Dachte ich so. Ja, du Grobmotoriker. Ich glaub's dir. Hm. Wo ist's? Den hab ich jetzt wieder nicht verstanden. Wir können hier also einmal so durchfliegen, dann ist er weg. Ich steuere ihn die ganze Zeit nicht. Hä, extra ungewöhnlich. Tja, ich hab nicht das Gefühl, dass wir hier weiterkommen. Dafür ist er zu hungrig. Was gibt's denn links? Links kann man auch rein, das hatte ich vorhin bei den ersten nicht versucht. Hier können wir bestimmt einen Knoten machen, oder? Und dann... Wir müssen dringend was machen. Ja, fast. Das war schon gar nicht so... Gar nicht so mies. Wie wär's so und dann so und dann so da rein? Auch gar nicht so verkehrt. Ja, und dann schnell dahin, bevor sie's merken. Zack, zack. Ach, Mensch. Irgendwie verhampel ich das die ganze Zeit. Oder lassen sie sich dann gar nicht mehr ausfallen? Wenn ich... Nee, irgendwie nicht. So, schnell hin. Haha. Ihr könnt mir gar nichts. Juhee, wir leuchten. Wir haben etwas Leben in uns aufgenommen. Und die Jungs mit ihren eigenen Waffen geschlagen, was natürlich noch viel, viel schöner ist. So, da... Oh, da kommt man zu den Einstellungen. Das ist ganz toll. So, hier kann man auch rein. Das hätte ich ja vorhin, wie gesagt, nicht ausprobiert. So viele Glubscher. Und wir so klein. Und das alles so groß. Kann ich überhaupt irgendwo lang? Ja, ich kann hier so lang leuchten. Oh, ja. Mit der Bordkanone können wir uns den... ach so. Da muss ich wahrscheinlich irgendwie aufladen. Oder... Was weiß ich denn? Hm, wie hatten wir das denn eben gemacht? Ja, sowas in der Art. Also mit Aufladen ist schon gar nicht so verkehrt. Zack. Aufgeladen. Zack. Aufgeladen. Zack. Aufgeladen. Zack. Aufgeladen. Zack. Oh, aha. Los. Hops. Hops. Noch einen. Komm, komm, komm. Puh. Nun denn, wo führt uns die Reise hin? Nalala. Ich fahr's nicht. Oh, na. Hm. Hm. So. Bleibt mir weg. Ich mag euch nicht. Und ich schon gar nicht. Ich auch nicht. Und... Ich weiß nicht, muss ich eigentlich hinklicken? Haha. Ja, sowas habe ich natürlich wieder nicht gemerkt, ob ich das muss oder nicht. Ist ja auch egal, solange wir hier halbwegs überleben. Und ich glaube, der feuert irgendwie automatisch. Oder ich gebe die Richtung vor. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Nein. Abfangjäger auf 9 Uhr oder so. Oh. Großes Kanonenboot. Ah. Schnell. Was für ein unfairer Gegner. So, jetzt probiere ich aber mal, was wir eigentlich machen müssen. Ich mache einfach mal gar nichts, dann passiert auch nichts. Okay, ich muss einfach nur in die richtige Richtung halten und nicht klicken. Das ist nicht nötig, nur um diese... das Energie-Dings da aufzuladen. Dass einfach mit der Maus rüberfahren reicht. Da hatte ich vorhin ein bisschen zu viel Aufwand gedrehen, hab immer geklickt. Und das dauert natürlich. So, tingeln wir hier durch. Zack. Anvisiert und... Anvisiert und... Ist das jetzt alles, was ihr hier drauf habt, oder wie? Ist ja noch nicht so doll, ne? Na, komm schon. Puh. Ja, das war schon recht knapp. So. So. Irgendjemand lauert hier noch? Jaaaaach du heiliger Bim-Bim! Bwaaaaahhhh. Ich will nicht! Lass mich! Oh yeah, so. Ähm... Houston? Wir haben große Probleme. Wahrscheinlich seht ihr das auch. Äh... Puh, den hätten wir auch erlegt. Was da wohl noch für Überraschungen kommen? Man könnte das Bosskampf nennen. So, wir haben wieder was in uns aufgenommen. Und ab dafür. Moment, mal kurz gucken, was es dann da ist. Ach so. Naja, die hatten wir alle besucht. Die waren ja so nett zu uns. So, woraus hier? Wo war ich denn? Ich glaube, ich war eben hier. Dann gehen wir nochmal da rein. Schnapp! Ähm... Tja, was ist unsere Rolle hier bei? Ach so. Da muss also jemand die Strippen ziehen. Ha, ha, ha. Ich weiß, das war wieder unglaublich lustig. So. So. So wird das nicht. So auch nicht. So, so wird das nicht. So auch nicht. Okay. Nein, das wird nicht. Sie sind noch zu hoch. Vielleicht können wir die dann runterfahren. Aber durch den nicht. Also einfach die dann... Ne, auch nicht. Okay. Okay, ich weiß nicht, ob das was wird. Das ist nur so eine Theorie, dass es funktioniert. So. Ja, ich kann dann nichts mehr verändern. Okay, ich hab's ja begriffen. Hab's ja begriffen. Nun, denn die sind eindeutig zu hoch. Jetzt immer noch. Wenn ich den ziehe, dann fährt der runter. So. Die haben so eine Wechselbeziehung. So. Und der hier ist ganz alleine, oder? Hier. Tja, wie wäre es denn so? Da werden wir bestimmt von dem abgeschreckt, der dann sagt, oh, ich Unglaublicher bin ja so unglaublich böse und gemein und möchte nicht dein Freund sein, weil ich dich nicht mag. Hm. Damit kann ich nicht nehmen. Ja. Ja.